Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern Abend wurde noch überraschenderweise der Transfer von Tim Skarke bekannt gegeben. Heute steht unser wichtiges Heimspiel gegen Abel Leipzig auf dem Programm und somit ist mal wieder einiges los bei uns auf Schalke. Trotzdem könnte es mit Wilson Isidor noch einen weiteren Neuzugang geben. Wir sprechen auch nochmal ausführlich über Rodrigo Salazar, wie es da für den Kader aussieht und auch nochmal darüber, was Marco Rose und Lothar Matthäus über uns so erzählen, ob wir vielleicht sogar auch eine Chance heute Abend gegen RB Leipzig haben werden. All das und mehr heute in den aktuellen Schalke News. Und wir legen direkt mal los mit unserem ersten Heimspiel des Jahres gegen RB Leipzig. Natürlich sind wir dort. Der klare Außenseiter. Ich glaube, wir Fans versprechen uns auch nicht wirklich viel, weil sich jeder sicherlich auch schon gedacht hat, oh, die Auftaktspiele gegen Frankfurt und Leipzig im neuen Jahr, die wären schon richtig, richtig hart. Und das hat man gegen Frankfurt gesehen. Wir waren zwar ganz gut drin, haben trotzdem verloren. Und ähnliche Gefahr besteht natürlich auch heute gegen Leipzig. Aber Marco Rose als Chefdrainer von RB gibt sich jedenfalls nicht der Illusion hin, dass wir irgendwie nur ein Punktelieferant für RB sind. Ich weiß, was da auf uns zukommt. Schalke hat eine neue Intensität, ein sehr gutes Spiel in Frankfurt gemacht. Ich habe da reingeschaut. Irgendwann hat ein Reporter gesagt, es sei ein Witz, dass Frankfurt führt. Das sind Kleinigkeiten, die Signale ausstrahlen. So Marco Rose auf der Spieltagspressekonferenz bei Red Bull. Und deswegen sei es eben auch für sein Team elementar wichtig, dass die Mannschaft nicht zuerst ans Kicken denke, sondern Fußball arbeiten werde. Und vielleicht besteht auch dort so ein bisschen die Chance für uns, wenn man eben auch so ein bisschen eher beleibt, sich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich glaube, dass auf uns ein richtig hartes Stück Arbeit wartet. Eine Mannschaft, die leidenschaftlich und aggressiv um jede Chance kämpfen wird. Die sind sehr fleißig. Die Richtung und das Gefühl auf Schalke stimmen wieder. Natürlich fehlen trotzdem bei uns natürlich die Punkte. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Es sind ja nun schon sechs auf dem Relegationsplatz. Aber natürlich sollen auch jetzt unsere Heimspiele erst recht die Wände bringen. Auf Schalke wird auch richtig Stimmung sein. Sie werden ihre Mannschaft nach vorn peitschen. Die Fans haben das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die alles probiert. Die werden uns alles abverlangen, wenn wir nicht auf dem Punkt da sind. Dann werden wir ein Problem kriegen. Weiß auf jeden Fall Marco Rose schon mal, was heute passieren kann. Und wir alle hoffen sicherlich, dass wir auch RB so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen. Lothar Matthäus glaubt auf jeden Fall auch noch daran als Sky-Experte, dass wir eine Chance auf die Rettung haben. Aber dafür müssen eben jetzt auch dringend Punkte her. Sie müssen aus den nächsten zwei Spielen vier Punkte holen. Dann habe ich noch Hoffnung für S04. Es sind zwei Heimspiele vor großartigen Fans in einem herrlichen Stadion. Da muss jetzt was passieren. Noch ist es nicht zu spät, hat nämlich Lothar Matthäus als TV-Experte in seiner Kolumne für Sky Sport geschrieben. Und dazu meint er auch nochmal in Bezug auf das Spiel gegen Frankfurt. Die Leistung in Frankfurt sollte ihnen Mut machen. Schalke hat beim 0 zu 3 alles andere als schlecht gespielt. Aber irgendwann muss man auch nochmal den Ball ins Tor schießen. Und vielleicht wird das uns ja heute schon gelingen, was natürlich dabei helfen würde, eine Chance zu haben gegen RB. Vielleicht mit ein bisschen viel Glück, ein bisschen was mitnehmen zu können. Gegen RB Leipzig ist natürlich auch die große Frage, oder es war auf jeden Fall gestern auf der Pressekonferenz eine große Frage, ob uns dort Rodrigo Salazar wieder helfen kann. Denn der Uruguayer ist ja endlich wieder im Mannschaftstraining zurück. Und das hat natürlich auch bei uns Fans für sicherlich gute Laune gesorgt, dass man ihn wieder auch am Ball sehen konnte. Aber man muss auch noch ein bisschen Geduld mitbringen. Denn der 23-Jährige konnte bislang eben noch nicht im vollen Umfang mit dem Team trainieren. Und natürlich muss er auch weiterhin Schritt für Schritt an das volle Wettkampfniveau herangeführt werden. Deswegen wird auch heute gegen RB Leipzig noch nicht mit Rodrigo Salazar geplant. Reis selber sagte, dass er zu 90% nicht dabei sei. Und gestern auf der Spieltagspressekonferenz wurde Reis zu dem Thema auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Denn er ist auf jeden Fall guten Mutes, dass es bei Rodrigo Salazar auch tatsächlich nicht mehr lange dauern wird. Sprich, eine schnelle Rückkehr ist auch auf jeden Fall möglich. Denn Reis sagte, er wird wohl auch relativ schnell wieder zum Team dazustoßen. Für heute ist er aber laut Thomas Reis noch keine Option. Das Leipzig-Spiel kommt noch ein Ticken zu früh. Und ich denke mal aber trotzdem, dass die Hoffnung besteht, dass er auf jeden Fall vielleicht Anfang Februar, vielleicht auch schon gegen Gladbach, in gut anderthalb Wochen wieder im Kader stehen könnte. Vielleicht wird es dann für ein paar Minuten reichen. Aber es wäre schon sehr, sehr überraschend, wenn wir Salazar heute im Kader sehen. Davon gehe ich persönlich auch nicht aus. Aber es ist natürlich trotzdem schon mal sehr, sehr gut zu hören, dass es hier auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung geht. In welche Richtung es bei unserem Talent Mercan Ayhan geht, kann man aktuell noch nicht so ganz genau sagen. Der 16-Jährige ist ja in Gelsenkirchen geboren, türkischer U17-Nationalspieler und bei uns in der U17 eben auch nicht wegzudenken. Er stand in allen zwölf Bundesligaspielen auf dem Platz, konnte sogar drei Tore erzielen und ist eben als Innenverteidiger auch flexibel einsetzbar, als rechter Verteidiger und als Sechser. Und das macht natürlich die jüngeren Brüder von Can Ayhan sehr interessant für andere Vereine. Und es könnte sehr gut sein, dass wir Ayhan als Talent verlieren. Denn wie man aus verschiedenen Quellen hört, sind die AS Rom, Galatasaray und Fenerbahce auch weiterhin an einer Verpflichtung von Ayhan interessiert. Sein Vertrag bei uns läuft wohl noch bis 2024. Und deswegen haben wohl auch schon Fenerbahce und Galatasaray bezüglich Mercan Ayhan an Vereins- und Spielerseite ein Angebot abgegeben. Bežiktas beobachtet die ganze Lage wohl auch im Hintergrund und Schalke hat sich wohl dazu entschieden, das Angebot des Meistbietenden anzunehmen. Und da ist natürlich erstmal die spannende Frage, vielleicht will man ja aber doch noch selber auf Mercan Ayhan bauen, der wie gesagt in der U17 wirklich gute Leistungen zeigt, noch durchaus überzeugend agiert. Aber natürlich sicher auch für uns Fans jetzt schwer einzuordnen, welche Rolle der jüngere Bruder von Can Ayhan bei uns einnehmen könnte. Es gibt auf jeden Fall erneut konkretes Interesse aus der Türkei, wie auch schon zu früheren Zeiten oder vor ein paar Wochen schon mal, vor ein paar Monaten, da gibt es ja immer wieder Gerüchte. Und jetzt heißt es eben auch, dass Schalke durchaus bereit ist, ihn abzugeben und eben das meistbietende Angebot auch annehmen wird. Apropos Angebot, da hat Schalke wohl auch noch was im Gepäck und zwar reden wir hier nochmal über einen möglichen Neuzugang. Ja, Tim Skarke ist nun doch überraschenderweise da, aber Schalke will wohl noch einen weiteren Flügelspieler holen. Das berichtet Sport1 so wie auch der Kicker. Denn weil man ja bei Tim Skarke zwischendurch eigentlich keine Chance mehr gehabt hat, hat man ja mit anderen Kandidaten beschäftigt und dazu gehört eben auch, wie wir hier auch schon berichtet haben, Wilson Isidor und der soll wohl auch weiterhin Schalker werden. Denn wie Sport1 berichtet, ist man sich mit dem Franzosen von Lok Moskau einig und der 22-Jährige möchte eben auch selber gerne weg aus Russland und wird auch wohl gerne zu uns Schalkern wechseln. Aktuell wird laut Sport1 noch um die Leihgebühr plus auch die Höhe der Kaufoptionen gepokert. Denn laut dem Kicker ist und bleibt es auch weiterhin möglich, dass noch ein weiterer Flügelspieler kommt und Wilson Isidor ist natürlich dann auch ein sehr interessanter Kandidat. Thomas Reis hat sich ja auch schon zu ihm geäußert. Ich kenne diesen Spieler. Er hat eine sehr gute Dynamik. Wir sind dran, den Kader punktuell zu verstärken. Wir werden schauen, ob dieser Spieler machbar ist. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Aber natürlich waren eben auch solche Aussagen vor dem Deal mit Tim Skarke und da muss man natürlich nochmal gucken, inwiefern man eben jetzt Wilson Isidor holen kann und inwiefern das Sinn macht. Denn, ganz interessant ist hier nämlich eine Sache, Theoretisch könnte ja Wilson Isidor für das nächste halbe Jahr ablösefrei zu uns wechseln und dem von der FIFA-Sonderregelung Gebrauch machen. Wie eben auch Alex Kral. Denn man darf ja in Russland spielende Spieler ablösefrei holen, wenn die eben nicht die russische Staatsbürgerschaft haben. Und darunter fällt natürlich Wilson Isidor als Franzose auch. Allerdings hatte Isidor den Lokbossen vor einem Jahr bei seinem Wechsel zugesagt, dass er von dieser Klausel nicht Gebrauch machen wird. Und genau deswegen ist eben hier eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Gespräch. Als Leihgebühr wird laut Sport1 wohl eine Summe von rund 200.000 Euro möglich sein. Der Berater von Isidor hat dann im Gespräch mit SportExpress sich ein bisschen zurückhaltender geäußert. Und deswegen ist das noch so eine Geschichte, die schwierig einzuordnen ist. Isidor könnte auf Leihabase zu Schalke gehen? Ich glaube nicht, dass eine Leihe momentan möglich ist, wurde sein Berater zitiert. Und da ist halt die große Frage, was ist da jetzt eigentlich wirklich dran? Inwiefern braucht Schalke auch noch Wilson Isidor? Sicherlich wäre er, wenn er günstig zu haben ist und erst recht mit Kaufoptionen durchaus interessant. Denn weil sein Vertrag bei Lok Moskau noch bis 2026 läuft, könnte man ihn auch für zwei Jahre ausleihen oder für anderthalb Jahre ausleihen. In Moskau hat er ja sich auch ganz gut präsentiert. Eine ganz gute Scorer-Punkte mit 17 Pflichtspiele, vier Tore, vier Vorlagen. Das kann sich durchaus sehen lassen. Mark wird 5 Millionen Euro, gerade mal 22 Jahre jung. Und er ist halt flexibel, einsetzbar, könnte im 4-3-System vorne alles spielen. Das macht ihn sicherlich interessant. Und wenn man ihn günstig bekommt, dann wird Schalke hier wohl möglich auch noch mal zuschlagen. Aktuell sind die deutschen Medien da durchaus konkreter als zum Beispiel auch sein Berater. Deswegen muss dann für sich auch am Ende jeder selber entscheiden, wie realistisch man die ganze Sache einschätzt. Ich persönlich bin jetzt mal sehr, sehr froh, dass Tim Skarke da ist. Wilson Isidor könnte je nach Preis sicherlich auch noch mal ein interessanter Kandidat für uns sein. Und somit waren das die aktuellen Schalke-News des Tages. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und heute Abend steht dann auch das nächste Bundesligaspiel für uns auf dem Programm. Anstoß um 18.30 Uhr gegen Erbe Leipzig. Ich werde im Stadion sein. Auch wieder ein Stadion-Vlog für euch aufnehmen, der dann auf Thiele Football morgen kommen wird. Und natürlich gibt es auch zügig nach dem Spiel dann wahrscheinlich wieder aus dem Auto mein Blitzfazit zum Spiel. Checkt das also gerne alles ab. Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung zu Wilson, Isidor und Co. in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.